Du wirst überhaupt nichts machen. Was? Du gehörst hierher, du bist eine von ihnen. Unsinn, sie gehört zu uns. Zu ihnen, sie ist ihre Tochter. Sie ist eine Soldatin, sie kam aus einer Maschine. Oh danke, aber den Teil kenn ich schon. Hören Sie, haben Sie noch das Stethoskop? Geben Sie es her. Na kommen Sie! Was haben Sie denn vor? Nur keine Angst. Halt einfach still. Kommen Sie her. Hören Sie. Und sagen Sie mir dann, wo sie hingehört. Zwei Herzen. Genau. Was hat das alles zu bedeuten? Heißt das, sie ist, ähm... Wie nennt man einen weiblichen Timelord? Was ist ein Timelord? So was wie ich, meine Abstammung. Und ich stamme von dir. Du bist ein Echo, mehr nicht. Ein Timelord macht so viel mehr aus. Gesammeltes Wissen, ein Kodex, geteilte Geschichte, geteiltes Leid, Elend. Alles ist weg, verschwunden. Für immer verloren. Was ist passiert? Es gab Krieg. Einen wie diesen? Gewaltiger. Viel größer. Und du hast gekämpft? Und getötet? Ja. Worin unterscheiden wir uns dann?